Meine Gedanken, als ich Philipp Lahm getroffen habe und das erste Mal ganz unten auf Spielfeldrand durfte. Okay, Johnny, beruhig dich. Es ist nur einer der größten Legenden des Fußballs, die gerade dein T-Shirt unterschreibt. Stell dir mal eine Frage. Und wie leist du beim FC Gern? Gut, gut, gut. Woher kennst du dich? Okay, das ist ja die perfekte Frage, Mann. Schau mal, wie er strahlt. Jetzt ganz nach unten aufs Welt. Oh mein Gott, ist das schön, Mann. Ich muss weinen, glaube ich. Ich muss echt weinen. Reiß dich zusammen, Bruder. Bitte fang nicht an vor allem zu weinen. Ey, hier sind Follower. Ich küsse doch euer Herz. Man soll ich, ich komme gar nicht drauf klar, boah, sehr ehrlich. Unnormal, boah, unnormal. Boah, ich wünsche, ich könnte das ganze Spiel von hier sehen. Ich glaube, ich bewerbe mich bald als Bernie, Mann. Schaut mal, halt, die beste Sicht aufs Spiel. Oder ich werde einfach Ball-Junge, Mann. Ganz ehrlich, Mann. Schaut mal die Sicht an, Digga. Das ist geistig krank. Ich habe richtig vergessen, meine Brille anzuziehen. Hoffentlich sehe ich nicht dämlich aus. Hoffentlich wird das ein kleines Bild. Aber Bruder, bitte beeil, ich muss Benny anfeuern. Okay, okay, macht sehr gut, macht sehr gut. Aber bitte, Benny, heute ruhig, okay? Du bist hier in meiner Stadt, okay? Ey, was macht Endo hier? Okay, das ist richtig random. Bis zum.